Die Freiwasserschwimmerinnen Leonie Beck und Finja Wunram haben zum Auftakt der World Series in Doha, Katar das Podest erreicht und Tickets für EM in Glasgow gelöst. Die Würzburg-Arenbeck musste sich über olympischen 10 Kilometer in 2 Uhr 2, 25,20 Stunden lediglich der niederländischen Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Sharon van Roovendal geschlagen geben. Die Magdeburg-Aren Wunram wurde Dritte. Ich bin sehr zufrieden und erleichtert, dass ich jetzt auch EM-Qualifikation im Freiwasser erreicht habe, sagte Beck, Ende Februar bereits unter der U23M-Norm über 800 Meter Freistil im Becken geblieben war. Bei den Männern sicherten sich in Doha Andreas Waschberger als Siebter und Rob Muffels als Achter das EM-Ticket über 10 Kilometer. Der Wiesbadener Christian Reicher belegte Rang 11. Auch Sören Meisner, 14. und Markus Herwig, 16. schafften noch den Sprung im Top-20. Der Sieg ging an den niederländischen Olympiasieger, Welt- und Europameister Ferry Wertmann.